Grüß Gott! Offenbar habe ich vielen aus der Seele gesprochen, als ich hier dazu aufrief, wieder selbst denken zu wollen und zu können. Einige wiesen mich darauf hin, dass die Instrumentalisierung der Sprache für ideologische und propagandistische Zwecke zwar einerseits in Deutschland ganz gut funktioniere, aber andererseits doch letztlich ziemlich böse sei. Da ist was dran. Und doch bleibt der immer aktuelle Auftrag, Freiheit und Demokratie zu retten. Und das geht vor allem von innen, weshalb ja manche zu genau wissen, was die Sprache mit unserem Bewusstsein macht, um es auf den Punkt zu bringen, richtige Begriffe schaffen richtiges Bewusstsein, falsche Begriffe schaffen falsches Bewusstsein. Also der richtige Umgang, der Maßstabsgetreue, der wertschätzende, der korrekte Umgang, die Nutzung der Sprache schaffen richtiges Verständnis und richtiges Bewusstsein. Das falsche, eben das Gegenteil. Deshalb ist gerade heute höchste Vorsicht und Wachsamkeit geboten, weil so wahnsinnig viel gesprochen wird, auch in den Medien und weil so wahnsinnig viel damit manipuliert werden kann. Ein Zitat von Heinrich Heine hüpfte mir in diesem Zusammenhang auf meine Notizzettel und ich will es Ihnen nicht vorenthalten. Es lautet, der Deutsche gleicht dem Sklaven, der seinem Herrn gehorcht, ohne Fessel, ohne Peitsche, durch das bloße Wort, ja durch einen Blick. Die Knechtschaft ist in ihm selbst, in seiner Seele. Schlimmer als die materielle Sklaverei ist die spiritualisierte. Man muss die Deutschen von innen befreien. Von außen hilft nichts. Zitat Ende. Ja, ja, Sie haben es erkannt. Das ist derselbe Autor, dessen Aussage aus den Nachtgedanken 1844 zum geflügelten Wort geworden ist. Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich jedenfalls wünsche mir, dass wir wieder damit beginnen, Meinungsvielfalt zuzulassen. Zu leben, von Vielfalt auch und gerade diesbezüglich nicht nur zu schwafeln, sondern sie wirklich zu ertragen. Übrigens, wer es gut meint, der hat keine Angst vor anderen legitimen Überzeugungen und Meinungen. Der fühlt sich existenziell nicht bedroht, wenn es andere legitime Meinungen und Überzeugungen gibt. Der muss sie auch nicht unterdrücken oder verbieten, wer es gut meint. Wer eine wirkliche Überzeugung hat, hat auch keine Angst vor Widerspruch und Argumenten. Und damit hat er auch keine panische Angst vor echter Toleranz. Das Wort, für diejenigen, die es vergessen haben, das Wort Toleranz kommt übrigens aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie tragen und ertragen. Einander ertragen, möchte ich sagen. Mit Widerspruch, mit Kritik, mit Korrektur und mit Respekt. Ich wünsche mir ein Deutschland, in dem diese gelebten Tugenden aus dem Verbotsbunker herausgeholt werden und wieder im Leben versucht werden. Man muss die Deutschen von innen befreien, sagte Heinrich Heine. Wohl wahr. Ihr Martin Lohmann. Lohmann Punktgenau, jede Woche neu auf diesem Kanal. Das kann man liken, also Daumen hoch und weiterleiten. Ich freue mich. Punktgenau, aktuell und auf den Punkt.